Was ist das für Datensätze? Was diese Datensätze sind und wie man die bearbeiten kann, das erzählt uns jetzt Jochen Topf. Genau, Küstenlinien, Eisdecke, generalisierte Daten. Ich habe seit vielen, vielen Jahren diese Webseite, openstreetmapdata.com, wo ich verarbeitete Daten zur Verfügung stelle. Zuerst habe ich das alleine betrieben, eine ganze Weile lang und dann ist der Christoph Vormann dazu gestoßen und hat auch einige Sachen beigetragen. Und das ist aber jetzt nicht mehr aktuell. Jetzt gerade bin ich dabei oder sind wir dabei umzustellen auf die neue Webseite. Die ist dann unter osmdata.openstreetmap.de erreichbar. Da hat der Foskis, der sponsert diesen neuen Server. Das war also bisher unser Privatprojekt so ein bisschen. Jetzt wollen wir mal ein richtiges, ordentliches Open-Source-Projekt draus machen. Und wie gesagt, der Foskis hat uns da netterweise ein bisschen Geld zur Verfügung gestellt, dass wir diesen Server betreiben können. Also openstreetmapdata.com ist out. Und osmdata.openstreetmap.de, da sind die Sachen in Zukunft. Ich werde noch ein bisschen was später zu dieser Webseite sagen, aber jetzt erstmal dazu, was ist denn dort eigentlich drauf und warum. Wir haben eigentlich so zwei Kategorien von Daten, die wir da zum Download anbieten. Daten, die wir verarbeiten, damit ihr sie leichter benutzen könnt. Das eine sind, ich sage mal, Sonderfälle in osm, die sonst so nicht ganz einfach zu verarbeiten sind. Und das andere sind generalisierte Daten, wo die osm-Daten also aufbereitet worden sind für, ich sage mal, salopp kleinere Zoom-Level. Erster Sonderfall sind die Küstenlinien. Ich nehme mal an, dass alle, die hier sind, osm-Daten schon bearbeitet haben und ist irgendjemand dabei, der noch nie eine Küstenlinie angefasst hat? Na doch, drei Leute, vier Leute. Küstenlinien sind insofern ein Sonderfall, dass normalerweise gibt es klare Regeln inzwischen, wie man Polygone erfasst. Und eigentlich ist eine Küstenlinie ja nichts anderes als die Grenze eines entweder Landpolygonen oder Wasserpolygonen, je nachdem, wie man es sieht. Jetzt kann man sich aber vorstellen, dass wenn ich das Landpolygon von Eurasien erfassen möchte, das wäre ein verdammt großes Polygon. Und das als eine große Multipolygon-Relation, das würde niemals funktionieren, das Ding wäre immerzu irgendwie kaputt. Zwei Leute würden gleichzeitig, der eine irgendwo in Wadiwostok und der andere hier irgendwo an der Nordseeküste was ändern und man kommt in Konflikt. Daher ist es da anders gelöst. Küstenlinien werden gemappt als Ways, die mit Natural Coastline getaggt werden. Land muss immer links sein, Wasser muss immer rechts sein. Das ist eine der wenigen Ausnahmen bei OSM, wo es eine Rolle spielt, bei einem Ways, in welche Richtung das geht. Man kennt es von Einbahnstraßen oder sowas auch, aber eben diese Links-Rechts-Regel, das gibt es eigentlich sonst nicht. Es gilt nur für Küsten von Meeren, nicht für Inlandsgewässer, die werden so nicht gemappt, sondern die werden anders als normale Multipolygone gemappt normalerweise. Und ganz wichtig auch, dass es keine Nodes und keine Relationen mit Natural Coastline geben sollte. Also Relationen werden völlig ignoriert bei all der Sache. Eine Relation mit Natural Coastline anzumachen versuchen Leute immer wieder, aber passiert einfach gar nichts. Genau, also Küstenlinien, das ist jetzt hier das blaue Ding der Küste lang und diese Linie ist aber nicht was, was normalerweise nützlich ist, weil wenn ich eine Karte zeichnen will, dann brauche ich die Polygone, weil ich möchte ja das Land entweder irgendwie beige einfärben typischerweise oder irgendwie sowas oder ich möchte das Wasser blau einfärben und dazu brauche ich Polygone und nicht einfach nur die Linie. Und das heißt, was gemacht werden muss, ist diese Küstenlinien zu nehmen und zu verarbeiten. Das heißt, als allererster Schritt extrahieren wir alle Ways, die mit diesem Natural Coastline Tag versehen sind, fassen die Linien zusammen, setzen die alle zusammen zu den Polygonen. Dafür gibt es für diese ersten Schritte, gibt es die Software OSM Coastline, die ich geschrieben habe. Das ist auch Open Source, war schon immer, kann man sich runterladen, kann man auch selber machen. Dann werden im dritten Schritt die Polygone wieder aufgeteilt, weil wenn ich ein Polygon habe, eben zum Beispiel von Eurasien, dann ist das so groß, dass es eigentlich nicht handhabbar ist für sehr viele Prozesse. Das heißt, wir teilen das Ding wieder auf nach Gitter in handhabbare Stücke. Der alte Prozess hat das unregelmäßig gemacht, da gab es nicht ein Gitter, sondern es wurde so lange das Polygon aufgeteilt, aufgeteilt bis, immer in der Mitte geteilt, so lange bis es klein genug war, für irgendeine Definition von genug. Inzwischen machen wir das im neuen Prozess mit am Gitter, weil es ein bisschen einfacher zu handhaben ist, insbesondere wenn man reprojiziert, sinnvoller funktioniert. Dann können wir diese Gitterblöcke invertieren, um rauszukriegen, wir haben da die Landpolygone erst einmal erzeugt, um die Wasserpolygone zu erzeugen, invertieren wir sozusagen diese gegitterten Polygone. Was man nicht hinkriegt, also ich habe es nicht hingekriegt, war einfach zu sagen, ich kann das gesamte große Polygon invertieren, also alle Landpolygone invertieren, und dann ein großes Wasserpolygon zu kriegen, mit sehr vielen Ausschnitten innen drin, wo das Land ist, da kommt keine Software mit zurecht, deswegen funktioniert es nach dieser Aufteilung. Und für diese Sachen wird, das kann man teilweise auch in der OSM Coastline, kann das direkt machen, diese unregelmäßige, aber die regelmäßige Aufteilung machen wir mit Postgres. So, ein paar Dinge muss man beachten, wenn man diese Coastline Zusammensetzerei macht, oder müsst ihr nicht beachten, weil das macht die Software. Das eine ist, was passiert an den Rändern, weil es gibt eine Coastline, die geht in der Antarktis bei 180 Grad irgendwie nach unten bis zum Südpol, und darüber, also eigentlich ist es völliger Unsinn, dass das so gemappt ist, aber Leute hatten halt Probleme und wollten dann Polygon daraus machen, und haben dann Coastline gemappt, und dann gibt es diverse Zusatztags, die Leute dran machen, um zu sagen, wir meinen das gar nicht so, das ist gar nicht wirklich eine Coastline. und ich habe dann beschlossen, ich ignoriere das einfach, ich tue alles, was ungefähr an den Stellen ist, ganz nah am Rand und so, lösche ich einfach weg und gucke, dass das richtig bearbeitet wird. Es gibt immer wieder Geometriefehler natürlich auch, dass irgendwie Überschneidungen in der Küstenlinie sind. Gerne sieht man zum Beispiel, dass wenn jemand irgendwie Daten importiert oder sowas, dass dann zwei Inseln sich überschneiden oder so, und sowas kann natürlich in der wirklichen Welt nicht vorkommen. Eine Küstenlinie kann sich nie mit sich selber überschneiden. Es gibt mal eine Lücke, wenn jemand irgendwo nicht aufgepasst hat beim Meditieren, was es auch immer wieder gibt, dass die Küstenlinien in der falschen Richtung getaggt werden, also hat irgendjemand eine Insel zugefügt und hat halt den Weg so rum statt so rum gemacht. Das wird so weit wie möglich korrigiert von der Software oder halt diese Daten ignoriert. Gleichzeitig wird dann auch ein Fehlerreport erstellt, die im OSM-Inspektor auftauchen, sodass man diese Sachen dann korrigieren kann. Das funktioniert auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Normalerweise ist es so, dass wenn Fehler auftauchen, die am nächsten Tag alle gefixt sind, wenn dieser Prozess wieder neu läuft. Wir haben dann die Daten in OSM, alle in WGS84 vorliegen, also mit Längen und Breitengrad, brauchen sie aber eine Mercator-Projektion, um die Karten zu zeichnen in vielen Fällen. In dem Prozess hier werden sowohl WGS84-Exporte erzeugt, als auch Mercator. Das macht zum Beispiel einen Unterschied, wenn man an den Südpol denkt, dann muss halt die Landfläche bis zu der Grenze gehen, bis zu 85,11 Grad irgendwas gehen, wie man es im Mercator braucht, während wenn der anderen WGS84 geht es hier halt wirklich bis zum Südpol, das Polygon, solche Sachen muss man halt ein bisschen bedenken und das macht das alles. Wenn diese Küstenlinien, diese Aufbereitung der Küstenlinien Probleme macht, also wenn irgendjemand aus Versehen einen größeren Fehler eingebaut hat, der jetzt dazu führt, dass halt mal ein ganzer Kontinent verschwindet oder sowas. Früher hat es das als gegeben, die Älteren unter euch, die alten Hasen von euch kennen das noch, dass dann plötzlich so ein Land mit Wasser vollgelaufen ist, um das zu vermeiden. Wenn es da größere Probleme gibt, dann hält dieser Prozess an, der da drauf läuft auf dem Server und sagt, okay, ich weigere mich jetzt irgendwie die Daten weiter zu verarbeiten, das sieht mir fishy aus. Und das funktioniert so, dass die Daten gerendert werden in eine Bitmap und dann mit der Bitmap vom Vortag quasi verglichen werden und wenn die Änderungen zu groß sind, dann geht es nicht weiter. Und auf der neuen Webseite, die jetzt gerade in Betrieb gegangen ist, da gibt es auch eine Seite, wo man das sehen kann. Früher war das immer so, ich muss mich dann auf den Server einloggen und musste irgendwie die PNGs, die erzeugt wurden, oder TIFFs, die erzeugt wurden, runterladen und musste mir den GIMP laden und nehmen, es war immer furchtbar mühsam und dann diesen Prozess wieder von Hand freigeben. Und jetzt ist es so, es gibt da eine Webseite, ist so ein bisschen versteckt, das soll auch so sein, ganz unten rechts ist dann so ein internen Link und wenn man draufklickt, kommt man hier auf diese Webseite. Und das ist also nicht für die Benutzer der Daten gedacht, sondern für euch alle vielleicht auch eben, um zu sehen, wo es wieder hängt. Und da kann man also sehen, die Daten von den letzten guten Daten, sozusagen als Einlayer die neuen Daten, die jetzt möglicherweise problematisch sind und dann auch einen DIFF und kann die Transparenz halt einstellen und kann ein bisschen gucken, was da vielleicht ist. Und die Freigabe aber, das ist immer noch im Moment so, dass ich mich auf den Server einloggen muss. Und das bin ich noch am überlegen und würde ich auch gerne mit euch darüber sprechen, jetzt vielleicht im Anschluss an den Vortrag oder morgen dann auch, haben wir auch Zeit, wie man das vielleicht noch besser lösen kann, dass auch mehr Leute aus der Community vielleicht das angucken können und können sagen können, ja auch die Änderungen sind okay, da hat halt jemand irgendeinen größeren Import gemacht und es passt schon alles oder so oder ja, darf nicht freigegeben werden, wie man das irgendwie machen kann, ohne dass man dann einen Account auf dem Server braucht. So, als Produkt kommt da letztlich dann heraus, dass es die Küsten als Linien gibt. Es gibt die Landpolygone, es gibt die Wasserpolygone, es gibt die komplett beziehungsweise im Gitter aufgeteilt, die aus genannten Grund die Wasserpolygone nur als Gitter, aber die Land gibt es auch komplett. Das Ganze entweder die kompletten Daten mit allen Details oder vereinfacht. Und vereinfacht heißt jetzt hier nicht generalisiert für kleinere Zoom-Level, und das ist eigentlich nicht so unbedingt geeignet zum Rendering, da kommen wir später noch drauf. Zweiter Sonderfall ist die Eisdecke in der Antarktis. Und zwar wird normalerweise Land in OpenStreetMap, also wenn irgendwo nichts gemappt ist, dann ist da entweder Land oder Wasser. Und dann wird es halt irgendwie beige gerendert typischerweise oder blau. Aber in der Antarktis ist es halt so, dass eigentlich überall Eis ist. Und wir hätten jetzt wieder das Problem, wollten wir ein Multipolygon machen, was über die gesamte Antarktis geht und sagt, hier ist Gletscher oder hier ist eben Eissheet oder wie wir das dann nennen, wäre das viel zu groß und nicht bearbeitbar. Deswegen haben wir gesagt, wir machen diese Sonderregel in OSM südlich von 60 Grad. Alles, was südlich von 60 Grad ist, ist der Default sozusagen Eis. Und wenn wir was anderes haben dort, also wenn da ein Wald wäre, dann muss da ein Wald gemappt werden und wenn da, ja, Wald ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es gibt halt doch einige Geröllfelder und solche Sachen dort, es ist nicht überall Eis, dann wird das speziell eingetragen. Und was dieser Prozess jetzt macht, ist, der sagt halt, okay, alles in der Antarktis kann an der Küstenlinie erkennen, alles, das ist Eis und alles, was nicht Eis ist, muss da dann wieder rausgeschnitten werden. Und Christoph hat diesen Prozess entwickelt. Hier sieht man das jetzt an einem Beispiel. Das ist also jetzt ein Ausschnitt aus der Antarktis und links sieht man, wie es sozusagen aussehen würde ohne diesen Prozess. Man hätte die normale Farbe, die Landhalt hat in OpenStreetMap. Hier ist offensichtlich ein Gletscher explizit eingetragen. Das kann man durchaus auch weiterhin machen, wenn dann ein abgegrenzter Gletscher ist, der einen bestimmten Namen hat oder sowas, kann man den durchaus machen, durchaus eintragen. Aber wenn man halt den Prozess benutzt, dann ist halt erstmal alles einfach Eis. Bis auf die Sachen, das sieht man jetzt nicht, müsste man ranzoomen, wo halt irgendwie kein Eis ist. Also die Produkte, die jetzt aber rausfallen, man kann als Download, haben wir jetzt einerseits die Eisflächen als Polygone und andererseits auch als Linien, die Grenzen dieser Eisflächen, nochmal eine Linie steht auch dran. Ist das eine Grenze zwischen Eis und Wasser oder Eis und Land? Und da gibt es nochmal Unterschiede, kann man sich im Detail anschauen. Gut, nächste große Sache sind die Generalisierungen. Da geht es also darum, wenn ich in kleineren Zoom-Stufen eine schöne Karte rendern möchte aus den OpenStreetMap-Daten, wie mache ich das dann? Und der erste Ansatz, den Leute immer benutzen, ist irgendwie so ein Douglas Poica oder sowas auf die Daten loszulassen, der halt so ein bisschen Datendetail einfach wegschmeißt und stellt mir aber fest, dass es so gut nicht aussieht und so nicht funktioniert. Und Herr Christoph hat da sehr viel Gehirnschmalz und sehr viel Arbeit reingesteckt, Sachen da auszuprobieren und bessere Prozesse zu entwickeln. Und da laufen teilweise eben auch Sachen auf dem Server. Hier ist dann so ein Beispiel zum Beispiel, wie man da eine schöne Karte mit rendern kann. Das sieht dann schon sehr ordentlich aus. Ich gehe da im Detail nicht so drauf ein, weil super viel Zeit ist nicht. Und außerdem ist Christoph da derjenige, der besser Bescheid weiß, wie das alles funktioniert. Also fragt ihn, wenn euch das interessiert. Es gibt die generalisierten Küstenlinien, Landwasserpolygone, die für Zoom Level 1 bis 8 etwa so gesagt sind. Da gibt es also mehrere Dateien für. Und auch Wasserflächen, da geht es dann nicht nur um Meer, sondern auch um Seen und Flüsse, die man als Geotiff, also als Raster oder als Vektorpolygone runterladen kann. Wie gesagt, Christoph ist da der Spezialist. Wenn ihr die Daten nutzen wollt da drauf, wie so viele andere auch, also das ist eigentlich so, ziemlich jeder, der irgendwie OpenStreetMap Karten macht, benutzt zumindest diese Küstenlinien und häufig auch die Eissheets, also zum Beispiel die OSM, die Standard-OSM-Webseite oder auch die Karte auf OpenStreetMap.de, die benutzen all diese Daten. Könnt ihr einfach runterladen als Shapefiles, könnt ihr verarbeiten für die Karte. Daten sind unter ODBL oder fast alle ODBL, werden typischerweise täglich aktualisiert. Wenn ihr die automatisch runterladet in einem Skript einmal am Tag oder könnt ihr auch gerne sagen, ihr stellt es einmal pro Stunde ein, dass ihr immer an die aktuellen Daten kommt, aber ladet natürlich nicht runter, wenn sie sich nicht geändert haben. Da gibt es so einen If-Modified-Sins-Header oder sowas, also das kann man im W-GET oder so eine Option mitgeben, dass ihr sagt, nur runterladen, wenn sich nichts geändert hat, wenn sich was geändert hat. So, jetzt nochmal zu der Umstellung. Wir stellen es ja als alles auf einen neuen Server um. Wer bisher Coastline- oder Ice-Sheet-Daten benutzt, sollte bitte sich das anschauen mit dem neuen Server und gucken, ob die Daten für ihn noch funktionieren. Das ist jetzt relativ neu, dass wir die da haben und es gibt ein paar Änderungen im Detail und gucken, ob das in seinem Prozess funktioniert und dann bitte die neuen URLs verwenden. Wer diese generalisierten Layer benutzt oder benutzen will, sollte sich mal bei mir melden, weil im Moment gibt es die noch nicht auf dem neuen Server und es ist nicht so klar, wenn die keiner haben will, dann machen wir uns auch nicht die Arbeit, das umzuziehen auf das neue System und dann müssen wir auch mal gucken, wie wir das machen. Das ist auch alles natürlich irgendwie Hobbyzeit und deswegen kann es sein, dass es die jetzt erstmal noch nicht da gibt und dann müssen wir mal gucken, wie lange man den alten Server laufen lässt und so. Das ist mir jetzt noch nicht so ganz, also haben wir noch nicht festgelegt und da will ich auch einfach mit euch reden und ins Gespräch kommen, was ist denn wichtig, was braucht ihr und so weiter. Grundsätzlich wäre das auch möglich, also der neue Server, die Software, der Setup ist alles Open Source und alles auch, ich habe auch versucht zu dokumentieren, wenigstens so ein bisschen und so, da könnte man auch andere Auswertungen noch reinhängen, also es gibt sicher noch andere Dinge, die da mit reinpassen würden, andere generalisierte Daten oder Spezialauswertungen aus OSM-Daten oder sowas, sowas könnte man da auch machen, bin ich auch gerne bereit darüber zu reden und Ideen auszutauschen und zu schauen, was man da machen kann. Genau, da ist jetzt nochmal die URL von dem neuen Server und die GitHub-URL, wo der Source-Code und diese Sachen alle liegen, dass man das auch selber laufen lassen kann, wenn man möchte. Ja, und damit bin ich soweit durch und freue mich auf Fragen. Na Jochen, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Ich wusste das zum Beispiel nicht, wie das funktioniert. Hat jemand Fragen an den Jochen? Keine Fragen, auch gut. Gut, ich bin ja noch da, bin morgen auch noch da. Ich hätte dann die Frage, kannst du abschätzen, wie viele Leute diesen erhöhten Aufwand betreiben und jetzt zum Beispiel bei Coastline da irgendwelche Daten ändern? Ich denke mal, so viele werden das ja dann nicht sein, oder? Doch, doch, also die Coastline wird ganz schön viel editiert. Meinst du jetzt die OSM-Daten wirklich bearbeiten von der Coastline, oder? So wie ich das ja verstanden habe, ist es ja mit Jochen nicht so einfach möglich. Doch, doch, das ist möglich. Das ist deswegen möglich, weil wir im Nachhinein sozusagen diesen Aufwand machen, weil das Editieren, der Coastline so wie wir es machen, eben nur eine Änderung von der Linie ist und eine Linie kann jeder ändern und eben nicht so ist, dass man, wie es eigentlich sein müsste, dass man ein gigantisches Polygon ändern muss und dabei immer gucken muss, dass das irgendwie alles passt. Sondern man muss nur diese Linie ändern, muss ein bisschen auffassen natürlich, dass man keine Überschneidung oder irgendwas reinbringt. Aber dadurch, dass wir im Nachhinein diesen ganzen Aufwand machen, die Daten aufzubereiten und Fehler zu checken und so weiter, ist es beim Editieren wieder sehr einfach. Und das wird immer zu editiert, da machen Leute rum und das ändert sich auch ständig. Da wird jeder, heutzutage wird ja jeder kleine irgendwie Buhne am Strand oder irgendwas eingetragen und mit sehr viel Liebe zum Detail wird die Küstenlinie da verarbeitet. Ja, danke, das waren wir noch nicht so klar. Aber gut, es gibt ja auch die OpenSeaMap, die sind da ja auch sehr in sich. Hat vielleicht doch noch jemand eine Frage? Dann schließen wir den Vortrag ab. Vielen Dank, Jochen Topf. Vielen Dank.